In diesem Video geht es um den Bassschlüssel. Ich erkläre Dir, wofür man den Bassschlüssel verwendet und wie Du die Töne am Bassschlüssel lesen kannst. Den Bassschlüssel verwendet man, um sehr tiefe Töne zu notieren. Der Bassschlüssel wird bei tiefen Männerstimmen und tiefen Instrumenten wie dem Kontrabass, dem Violoncello, dem E-Bass, der Posaune, der Tuba oder dem Fagott verwendet. Außerdem wird die linke Hand von Tasteninstrumenten wie zum Beispiel dem Klavier mit einem Bassschlüssel notiert. Die Bassnotation ist gewissermaßen die Fortsetzung des Violinschlüssels nach unten. Diese Hilfslinie entspricht dem Ton C. Da das eingestrichene C im Violinschlüssel unter dem Notensystem sitzt, ist nach oben hin Platz für die hohen Noten. Umgekehrt ist es im Bassschlüssel. Hier sitzt das eingestrichene C über dem Notensystem, deswegen ist nach unten hin Platz für die tiefen Noten. Der Violinschlüssel wird auch G-Schlüssel genannt. Er markiert den Ton G. Der Bassschlüssel wird auch F-Schlüssel genannt, weil er den Ton F markiert. Auch hier kommen dieselben Notennamen mehrmals vor. Die tiefsten Töne werden mit Großbuchstaben bezeichnet. Dann kommen Kleinbuchstaben. Der Ton auf der Hilfslinie zwischen der Zeile mit dem Bassschlüssel und der Zeile mit dem Violinschlüssel ist das sogenannte eingestrichene C. Wenn du die Töne auf dem Violinschlüssel schon gut kannst, aber dich mit dem Bassschlüssel noch nicht so gut auskennst, dann musst du jeden Ton des Bassschlüssels einfach um eine Linie nach oben schieben und erhältst den Namen des Tones, wie er am Violinschlüssel notiert werden würde. Nur die Oktave stimmt da nicht. Der Ton mit dem Bassschlüssel ist dann noch zwei Oktaven tiefer. Und dann kommen die Oktave. 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 Untertitelung des ZDF, 2020